Neu auf Disney Junior. Kleine Geheimnisse aus dem Zauberreich. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Wusstet ihr schon, dass Sophia super Fußball spielen kann? Das war ein Tor, Sophia! Ihre Schwester Amber überhaupt nicht gern ihr Zimmer aufräumt? Oh, ich bin hier noch nicht fertig. Und ihr bester Freund Kalle ganz laut schnarcht? Seid gespannt auf noch mehr tolle Geheimnisse in den ganz neuen Geschichten von Sophia die Erste auf Disney Junior. Bis zum nächsten Mal.